ein wunderschönen guten meine lieben beim dsv mein name ist klebhandel und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu was so konnte nichts ich habe während der aufnahme backen an eure sachen gemacht dass ihr hier eine stunde lang zugucken müsst das kennt ihr ja noch ja wie schon mal zwischendecke eingezogen dann kriegt das ganze hier ein bisschen struktur ja und ihr seht da drüben schon richtig damit ihr jetzt hier stunden lang gucken müsst wie ich jetzt richtung insel fliege habe ich hier schon mal ein bisschen angeholt die hat laut unserer karte wo ist ja gut die ist jetzt überlagert die hat aluminium drin und das ganze wollen wir jetzt abbauen weil aluminium ist eine ressource die haben wir leider bisher noch nicht gehabt aluminium okay das heißt wir wollen jetzt aus einmal eine möglichkeit anzudocken gucken wir machen ich habe räume mir ist ehrlich gesagt ein riesengroßer packplatz lieber als irgendwas grün ist okay dann passt das ja und die kleine ecke können wir auch noch machen haben wir es gleich ein bisschen einfacher ja er hatte er hatte er hatte okay er ist in ordnung der kommt auch noch weg jetzt kann man den jetzt gehen wir mal auf andocken mal sehen das schon funktioniert jawohl super perfekt brücke steht jetzt können wir hier rüber den baum noch weg dann machen wir triebwerk ist das dann aus okay und dann müssen wir mal gucken dass wir praktisch das hier drüben einmal noch da hinbauen dann brauchen wir noch mit die roboterwerkstatt oder wir machen es ganz einfach ja das wollen wir dann auch so und du mein lieber du machst aluminium dann brauche ich noch muss ich selber gucken genau die richtung gut wird jetzt von die hübsch werden aber die dinger sind ja auch nicht auf dauert da geplant gut das geht hauptsächlich wegen den alu dass wir das hier in der mapp an wie schon gesagt ich lasse mir hier noch ein system einfallen wahrscheinlich wird ich ja im moment das können wir eigentlich gleich machen ja entschuldigt haben wir erst mal weg müssen wir gucken wo geht das hin gibt es da rein gut brauchen wir ja gar nicht mit mir würde ich mir ja mehr arbeit machen als nötig hallo guck mal runter welche war das das hier scheibenhörnig hier geht nämlich das hatte ich zwischen aufnahmen auch noch mal umgeändert das transportsystem geht hier praktisch hoch und dann da rein das ist ein bisschen besser und angenehmer gestaltet sich auch nicht so zurück wie ihr seht es läuft es staut nicht es wird alles verarbeitet der puffer ist auch leer also das funktioniert die schmelzen die laufen hier auch das ganze zeichnung raus hier rein wird verarbeitet wunderbar habe ich keine probleme mehr ok ja und die schmelzen kommen auch momentan gut hinterher also da brauche ich mir auch keine genau gemacht und hier haben wir ein haufen material genau ok dass natürlich da unten jetzt das ding im weg ist hat er will schaffen ok ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig was auch ungünstig ist die nahrung von den geht langsam zu ende deshalb brauchen wir jetzt unbedingt aluminium wie war man das weil ich weiß wir könnten zwar rein an der theorie her aber da gibt schon mal zwei probleme erstens der kolonie blog das wäre dann nicht hier nach meiner schiffste dicke ich komme da nicht durch ok das wäre dann der streifen hier der ginge dann wo ganz knapp euch ok können wir mal was ausprobieren kann natürlich sein dass unser material nicht reicht ok jetzt müssen wir mal gucken wie viel glas habe ich eigentlich noch 22 das wird natürlich irgendwie vorne nicht reichen ich könnte ja auch rein theoretisch hatte das ding ja lass mich raten das auch ein bisschen mehr platz ok da finden wir schon eine möglichkeit das ding zu installieren ok dann müssen wir mal gucken ob irgendwie irgendwie runter kann 1 2 3 damit können wir nämlich dann auf jeden fall schon mal hier bauen jetzt müssen wir gucken wieder haben wir glück aber ich denke eher nicht ich denke wir müssen zwei runter gehen natürlich ein bisschen ungünstig aber ja das ist bleibt hat nie aus ja das nicht immer gut ja das wäre dann so das heißt der boden würde hier tatsache raus gucken ja ist ja gut gibt mal her wunderbar dann haben wir das mir hat das eigentlich optisch so überhaupt nicht gefällt dann ja gut lassen wir es erstmal so und dann müssen wir mal sehen wie wir das machen es ist schade dass wir hier nicht sagen können das wir hier nicht sagen können mach bitte eine röhre aber ok muss man halt damit leben ok und jetzt eine röhre das wird jetzt auch interessant weil so viel glas haben wir nicht wir könnten noch bauen 22 und 25 ist ok könntest noch weit aha warum kriegst du das spiel nicht gebacken zu erkennen in welche richtung ich will äh jungs da müsst ihr auf jeden fall nochmal ran das ist die falsche richtung ok das scheint ja so zu funktionieren müssen wir mal gucken, ob das überhaupt auch hier funktioniert nehmen wir mal einen und packen den da rein ok geht schon mal nicht jetzt geht's gucken wir mal, wie weit die kommen mhm, mhm, mhm sieht gut aus ja funktioniert wunderbar das heißt mit diesen mit diesen Logistikblöcken kann man dann mehr oder weniger bestimmen in welche Richtung die gehen, das ist schon mal viel wert gut was auch okay wäre wenn wir hier einmal zu machen gut dann passt das auch erst mal dann ist hier, wie ich sage, alles geschlossen jetzt brauchen wir hier drüben eigentlich nur noch Strom ein paar Roboter dann ist fertig die Lopper 1, 2, 3 viermal Strom, was die verbrauchen dann 1, 2, 3, 4 und schon voll funktionsfähig jetzt müssen wir nur noch einen Roboter rüberschicken dann nehme ich Kohle weil Kohle brauche ich jetzt momentan nicht in den Mengen das heißt die hier werde ich abziehen die müssten dann rein theoretisch nachdem ich die drüben eingeteilt habe rüber laufen und dann anfangen hier Aluminium abzubauen ja genau die zwei habe ich schon das heißt die müssen jetzt rein theoretisch hier gleich angewackelt haben es sei denn wir haben die so blockiert dass sie hier nicht mehr durchkommen entschuldigt mal ja das abbauen hier ist manchmal doch ein bisschen frickelig hallo entschuldigen Sie ich will hier Erde abbauen hey sie haben auch noch Blumen drin versteckt ok aber rein theoretisch hätte hallo ich hasse das wenn die Steuerung zu frickelig ist entschuldigung ok ok gehen wir mal auf wer darf ok gut 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 was ist mit euch wissenschaftler kochern ingenieur fabrikator sonst wird sich der Bergmann untätig äh der geht mal bitte nach da und der hier geht genauso nach da das ist der hier einmal da hin und dann müssten die jetzt rüber gehen genau den folgen wir mal ok der geht rüber und dann müsste der rein theoretisch entweder von alleine ok die haben sich gleich von alleine zugewiesen das ist schon mal gut das heißt unterm Strich bekommen wir jetzt Aluminium raus ich bin schwer begeistert ok wo bleibt der erste und was haben wir eigentlich noch vor Ressourcen Uran ok Kohlenstoff ja da haben wir noch mehr Alu hauptsächlich ist hier viel Uran ok ja wenn dem so ist dann muss ich unbedingt jetzt Richtung Uran dann langsam erforschen äh wobei mir ehrlich gesagt äh Solarenergie lieber ist aber ok das geht da runter das müsste dann rein theoretisch in die Röhre gehen gut das sehen wir jetzt nicht mehr dann geht das da hoch und verdammt ist halt das mittlerweile so verbaut und dann kommt das hier drüben auch irgendwo raus dann machen wir es gut ok äh ja in Ordnung ich bin begeistert haben wir mittlerweile eigentlich genügend Röhren produziert sagen wir mal 300 ist jetzt nicht die Masse aber aus den 300 können wir erstmal einen Haufen Schrauben machen ähm gut genau nehmen wir hier mal die 150 müssen wir mal gucken 150 darüber und dann passt das ok die Schrauben sind hier aber mal bitte raus die brauche ich jetzt hauptsächlich hier ich brauche jetzt keine ähm Muttis so jetzt müssen wir mal gucken dass hier auch das Aluminium aha es wird schon verarbeitet super ich bin begeistert erste Aluminium haben wir das heißt mit dem Aluminium können wir jetzt auch andere Sachen bauen wie zum Beispiel die Landwirtschaft brauchen wir noch zwei dann haben wir es noch ein na kam ok das dauert eine Weile äh in der Zeit würde ich ganz gerne das Ding hier noch ein bisschen umbauen aber noch Sauerstofftank wie ungünstig ok genauso rum ja ja kann man eigentlich mittlerweile auch Türen bauen ich glaube nicht Boden Wand ja doch Türen können wir bauen ähm ich würde gerne mal gucken wie sieht die eigentlich aus wir haben eine Möglichkeit man käme links noch vorbei mit dem Material man könnte es auch nicht zumachen ok da jetzt aber Lebensmittel für die Astronauten wichtiger ist weil die knabbern so auch so langsam am letzten Rest müssen wir das dann als nächstes bauen äh aber das wird man wahrscheinlich nicht mehr in der Folge schaffen müssen wir mal gucken gut jetzt haben wir Aluminium dann passt das Ganze ja die Jungs die wissen vor langer Weile nicht was machen sollen jetzt klar wir haben keine Röhren automatisiert das müssen wir auch unbedingt noch machen äh richtiges Netzwerk dann bauen gucken das wird dann praktisch aus den wahren Platten machen aus den Platten dann äh Röhren und das Ganze vollautomatisch aber dazu müsste ich in der Forschung auch noch weiter gehen und zwar dass ich mal wenigstens bis hierhin komme das heißt wir brauchen nochmal 6 chemische Forschungspunkte ja ja sagt das so fast äh 6 mal 4 24 gut dann nochmal auch Gas dann können wir hier unten eigentlich auch schon Türen fast einbauen nochmal 5 5 Alu ist nur ein bisschen wenig ja also ähm ich weiß nicht wahrscheinlich werden wir eher in die Richtung gehen dass wir hier nochmal ausbauen feststellen dass wir hier natürlich so nah an der Kohle sind dass wir hier nichts inbauen können oder ok das ist mir auch mal was ganz neues ok ja da ein Gerät Roboter wo ist es Roboter Roboter da müssen wir mal gucken wenn wir den Roboter äh äh Monteure noch hinpacken bei dem brauchen wir auch gleich was der auch braucht ist Strom das ist alles so ungünstig machen wir erstmal provisorisch bis ich hinten die Plattform gebaut habe dann wird er da hinten warten aber in der Zwischenzeit kann der auch mal 4 produzieren den kann der auch schon mal produzieren das heißt 6 12 Zahnräder kann der auch schon mal 2 herstellen 4 8 Rühren da kann er die schon mal produzieren äh 6 12 Rühren ok ok dann gucken wir gleich wenn der den fertig hat obwohl es müsste eigentlich rein theoretisch sich aufgehen ähm stopp stopp der erste Landwirt ist äh der erste ist schon draußen ok der erste ist draußen ähm moment stopp die ok die werden produziert die zwei sind schon bei der Arbeit hier da bin ich mal hellauf begeistert dass wir jetzt erstmal genügend Aluminium rein kriegen und jetzt mit dem Aluminium kommen wir natürlich auch ein ganzes Stück weiter vorwärts und ja das hilft uns auf jeden Fall schon mal weiter äh gut und an der Stelle verabschiede ich mich erst einmal vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal ciao ciao